So, willkommen zu einer neuen Folge Pokémon GO und wir haben heute wieder was ganz besonderes für euch vorbereitet. Wer gestern im Stream dabei war, der hat es ja gesehen, es kam schon wieder die Frage auf natürlich Ramses. Weißt du, welcher Raid Boss nach Gresilja kommt? Jetzt hat Sabrina das natürlich gut genutzt gehabt und hat gleich direkt Werbung für ihren Kanal gemacht, dass sie gerade alles dazu bei sich hochgeladen hat und gepostet hat. Und da müssen natürlich alle direkt gleich nachgucken und rüber. Ihr seht also, der Konkurrenzkampf ist auf dem Höhepunkt angekommen und geht an die Nerven des Erträglichen, zumindest bei mir. Fand ich jetzt nicht so schön und war dann auch noch enttäuscht, weil ich halt gedacht habe, der Eventkalender wurde veröffentlicht. Der Eventkalender für Dezember mit den Spotlights, mit den Raidstunden, mit den Raidbossen, mit den Events, mit dem Feldforschungsdurchbruch. Aber dieser wird wohl wahrscheinlich erst, ich denke mal, frühestens am Wochenende released. Jetzt ist der 23., wenn ich das hier aufnehme. Es ist noch ein bisschen Zeit. Na, Jentic macht es immer spannend. Zum jetzigen Zeitpunkt weiß trotzdem noch keiner, was nach Gresilja kommt. Denn ihr dürft nicht vergessen, Gresilja bleibt ja noch bis zum 1. Dezember in den Raids. Das heißt, alles, was ihr jetzt seht, ist nicht nach Gresilja. Alles, was ihr jetzt seht, ist während Gresilja zusätzlich als Bonus, aber halt auch wieder ganz anders als gedacht. Denn da habe ich schon gesehen, bei ihrer Infografik, die sie da gepostet hat, dass ein paar Leute sehr verwirrt waren, beziehungsweise das irgendwie anders aufgefasst haben. Wir werden uns das jetzt alles angucken. Ich bin nämlich kein Fan davon, einfach nur stur eine Infografik zu posten. Ich möchte bitte ein Video darüber machen. Wir haben jetzt hier diesen offiziellen Beitrag von dem Pokémon Go Live.com Blog Post, sodass wir das in Ruhe uns angucken können. Wir können das genau analysieren. Ich kann auch meine eigene Meinung dazu sagen, worauf freue ich mich und was habt ihr damit zu tun. Es ist nämlich eigentlich was ganz Besonderes, wovon viele von euch jetzt wahrscheinlich nicht so viel haben, aber ich. Und bevor wir uns Stress machen, machen wir es ganz anders. Eigentlich wollte ich heute am Dienstag ja das Gewinnspiel-Video machen, aber ich glaube, das verschiebe ich jetzt auf Donnerstag, weil morgen kommt Raid am Mittwoch. Und wenn das jetzt aktuell ist und interessant, lasst uns halt darüber reden. Die Jahreszeit endet mit dem Event Entfesselter Schabernack. Das war ja schon angekündigt. Wer das alles abgeschlossen hat und so, der kriegt natürlich dann diese Zusatzforschung. Wer die anderen Schabernack-Sachen nicht fertig hat, müsste die sich für 5 Euro wohl kaufen. Ansonsten kann man jetzt damit weitermachen. Und ja, es wird das Entfesselte Hoppa geben. Ihr bekommt aber kein zweites Hoppa, sondern ihr könnt euer Hoppa, was ihr habt, Form wandeln. Ja, ihr könnt das in der Form wandeln, sodass ihr das Entfesselte habt. Jetzt sind viele traurig, dass sie nicht ein zweites bekommen, das und das haben, sondern dass sie das, was sie haben, umwandeln müssen, weil viele einfach ein mega schlechtes bekommen haben. Ihr könnt hier nochmal reinschreiben, wie gut war euer Hoppa. Ja, ich weiß, dass das Hupa heißt. Jetzt lasst mich doch auch mal einen Witz machen. Also, ich war mit meinem nicht so zufrieden, aber was bleibt mir übrig? Da das dann halt stärker ist, werde ich trotzdem die Form umwandeln und das heftige Biest hier an mich reißen. Was genau ist das aber für ein Event? Was erwartet uns jetzt? Ist es ein Event? Ist es einfach noch eine Spezialforschung? Ist es ein Sonstwas? Von Freitag, ja, diese Woche, diese Woche Freitag. Freitag, 10 Uhr. Bis Montag, 20 Uhr. Es wird also das ganze Wochenende übergehen. Es ist Freitag, es ist Samstag, es ist Sonntag und es ist Montag. Schreibt es euch in den Kalender. Guckt nicht, was ingame da steht. Beim Aufgeploppten, da ist das immer durcheinander mit den Zeitzonen. Das, was hier da auf dem Blogpost, das ist genau für euer Land, für eure Zeitzone angepasst. Das ist wichtig, das passt. Also Freitag, 10 Uhr. Bis Montag, 20 Uhr, gibt es doppelte Fang-EP und doppelte Verschick-Bomb-Boms. Ist ja auf jeden Fall richtig brutal. Trotzdem ist Gresilia in den Raids und man kann Gresilia antreffen. Gresilia bleibt bis zum 1. Dezember. Die Jahreszeit des Schabernacks endet. Jetzt steht hier etliches, aber... Na gut, am besten wir lesen einfach vor, was da steht. Ihr erhaltet diese Spezialforschung, indem ihr die Spezialforschung dieser Jahreszeit abschließt. Missverstandener Schabernack. Eigentlich sollte jeder damit fertig sein, weil die war halt wirklich sehr einfach. Und man hatte auch dazwischen immer 1-2 Wochen Zeit, bevor das nächste Kapitel verfügbar war. Ihr habt bis zum Ende der Jahreszeit des Schabernacks, also Mittwoch, der 1. Dezember 1959, Ortszeit, Zeit, die Spezialforschung missverstandener Schabernack abzuschließen, um die Spezialforschung entfesselter Schabernack freizuschalten. Bis 1. Dezember, genau da, wo halt dann auch Gresilia und so weiter. Wenn ihr es nicht schafft, die Spezialforschung missverstandener Schabernack abzuschließen, könnt ihr sie im Shop für 5 Dollar kaufen. Hui, da freuen sich die meisten auf jeden Fall. Das Ticket ist bis zum Ende der Jahreszeit des Schabernacks erhältlich. Tickets können nicht mit Poggemünzen erworben werden. Die Tickets für die Spezialforschung können nicht erstattet werden. Das Ticket für die Spezialforschung entfesselter Schabernack ist bis zum Ende der Jahreszeit des Schabernacks erhältlich. Um Fortschritt bei der Spezialforschung entfesselter Schabernack machen zu können, benötigt ihr das Hoppa aus der Spezialforschung missverstandener Schabernack. Sollte man ja relativ früh bekommen haben. Ich glaube, im zweiten oder dritten Kapitel gab es schon das Hoppa. Entfesseltes Hoppa. Ihr könnt Hupers Form ändern, nachdem ihr die Aufgaben in der zweiten Stufe der Spezialforschung entfesselter Schabernack abgeschlossen habt. Ihr müsst mit der Spezialforschung missverstandener Schabernack weit genug sein, um einen Hoppa gefangen zu haben, bevor ihr Hupers Form ändern könnt. Und guckt wirklich rein bei eurer Spezialforschung, was bei missverstandener Schabernack steht, ob ihr das alles fertig gemacht habt oder ob ihr irgendwann aufgehört habt, da weiterzumachen, weil ihr dachtet, das geht eh nicht weiter. Macht das einfach weiter. Es kostet 50 Hoppa Bonbons und 10.000 Staub, die Form von Hoppa gebannt zu entfesselt zu ändern. Es kostet 10 Bonbons und 2.000 Staub, die Form von entfesselt zu gebannt zurückzuändern. Aber warum sollte man das machen? Wenn ich jetzt einen Hunderter habe und entfesselt das und es ist fett und groß, warum soll ich es wieder... Eigentlich ist es davor fett und klein und dann ist es groß und schlagsig und stark. Die Belohnungen für die Spezialforschung entfesselter Schabernack helfen euch dabei, die Ressourcen für die Formänderung von Hoppa zusammenzubekommen. Jetzt haben wir hier zwei starke Übersichtspunkte, die viele in den falschen Hals bekommen haben. Die haben nämlich so das aufgesammelt wie, das ist der Dezember-Event-Kalender. Oh, es kommen eine Woche lang die Vögel, es kommt eine Woche lang Heatran, dann kommt eine Woche lang die Regis, dann kommt eine Woche lang wieder die Ritter der Redlichkeit. Oh mein Gott, schade, dass die jetzt so viel zurückbringen und so viel recyceln. Nein, das gilt nur für das Wochenende, das gilt nur für die vier Tage und in diesen vier Tagen auch nur jeweils eine Stunde, und zwar jeweils eine Raidstunde von 18 bis 19 Uhr, steht auch hier, stand auch auf der Grafik. Also, es wird weiterhin Cresselia geben, aber am Freitag von 18 bis 19 Uhr gibt es sozusagen eine zusätzliche Raidstunde. Raidstunde ist das, was am Mittwoch immer 18 bis 19 Uhr ist, wo der momentane Fünfer-Raid-Boss einfach vermehrt erscheint, im Prinzip an jeder Arena sitzt, außer die ist blockiert von einem anderen Raid. Es wird also am Freitag eine Raidstunde geben mit Arctos, Zapdos, Lavados. Jetzt haben viele gesagt, genial, mir fehlt nämlich noch Lavados als Shiny, da kann ich das ja in Ruhe dann jagen immer. Ihr habt nur diese eine Stunde Zeit, und in dieser einen Stunde gehen einfach die Eier auf, und dann, puh, wenn ihr nur drei Arena habt, und da sitzen zwei Arctos und ein Zapdos, dann habt ihr halt kein Lavados. Seid euch dem bitte bewusst, ja. Ich habe mir gedacht, weil viele jetzt wieder sagen, kannst du Raids für Zuschauer machen, kannst du Raids für Zuschauer machen mit Lavados, und der nächste sagt, kannst du Raids für Zuschauer machen mit Arctos, der nächste sagt, kannst du Raids für Zuschauer machen mit Zapdos, äh, es gibt Mord und Totschlag. In dieser einen Stunde stellen sich wahrscheinlich 500 Leute an, in dieser einen Stunde werden dann nur 100 Leute drankommen, 400 Leute beschweren sich, dass sie sich umsonst angestellt haben und umsonst gewartet haben. Es ist ein Heiden durcheinander, jeder will was anderes, man kann nicht einfach einen von denen anbieten und die zwei anderen auslassen, deswegen wird es keine Raids für Zuschauer geben. Wenn die normal drin sind in den 5er Rates, machen wir das gerne, super, immer kein Problem, aber ich werde keine Raids für Zuschauer machen von diesen Teilen. Wir werden am Sonntag Chrysilia Raids für Zuschauer machen, das hatte ich euch versprochen, wer da noch den Eintrag braucht und alles, aber hiervon werden wir keine, ähm, Raidstunden machen. Trotzdem habe ich gedacht, 18 bis 19 Uhr, ich lasse mir das nicht nehmen, ich werde alle 4 Raidstunden streamen, übertragen, mich hierher setzen und eine Raidmania draus machen. Wer weiß, was eine Raidmania ist, weiß wie das abläuft, ihr habt also die Möglichkeit trotzdem mit mir zusammen zu raiden. Ich lasse mich überraschen, wer unterwegs ist, wer raidet, wer einlädt, in welche Lobby ich geworfen werde, denn alles hat was Gutes und das hat auch folgende Gründe. Also am Freitag gibt es die 3 Vögel. Ich habe ein 100er Zapdos und ein 100er Lavados. Wer also für die einlädt, kann ich XL sammeln. Wer für Arktos einlädt, habe ich die Möglichkeit noch das 100er zu kriegen. Passt also alles. Am Samstag gibt es die Raidstunde mit Heatran. Ich habe 200er Heatran. Das heißt, ich kriege XL-Bombombs, wenn ihr mit mir raidet, passt mir also auch. Am Sonntag ist die Raidstunde mit Regirock, RegiEis und RegiSteel. Ich habe noch kein 100er von denen. Das heißt, es wäre auch egal, für wen ihr einladet. Vielleicht ist ein 100er dabei bei irgendeinem. Ansonsten XL sammeln. Ich sage jetzt nicht, Arktos ist das Wichtigste. Das brauche ich als 100er. Und hier ist dann Regirock das Wichtigste, weil ich das am coolsten finde. Nö, ist egal. Ich werde diesmal einfach gucken, wirklich. Wer zuerst einlädt, der wird zuerst drangenommen. Und dann wird halt sich auf diese Lobby konzentriert. Eine Stunde lang, ganz normal Raidmania. Ohne irgendwie was zu bevorzugen oder was anders zu machen. Also auch hier, ich habe nur 98er von allen. 100er ist noch nicht dabei. Würde ich da auch mit euch am Sonntag gemütlich eine Raidstunde machen. Und dann Montag, am 29. Cobalium, Terrakium und Viridium. Cobalium. Habe ich zwei 100er, aber könnte XL sammeln. Terrakium, Viridium. Brauche ich bei beiden noch das 100er. Das Wetterboost 100er von Viridium ist ja letztens leider geflohen. Könnte bei beiden also XL sammeln und die Chance auf das 100er. Also das passt für mich perfekt. Ich sage es also nochmal. Ich werde am Freitag 18 Uhr eine Raidmania machen. Streamen, übertragen. Am Samstag 18 Uhr. Am Sonntag 18 Uhr. Und am Montag 18 Uhr. Vier Raidstunden. Vier Raidmanias. Wir können zusammen interagieren. Wir können zusammen raiden. Ihr könnt dabei sein. Wenn ihr mit mir befreundet seid, habt ihr jetzt also wirklich einen Vorteil. Und ich kann eure Lobby unterstützen. Und ihr könnt mich von Raid zu Raid ziehen. Das ist auf jeden Fall immer mein Lieblingsformat. Die Raidmania. Und jetzt kriege ich die gleich diese Woche fünfmal. Finde ich auf jeden Fall stark. Zusätzlich gibt es auch Rampenlichtstunden. Wo viele jetzt gemeckert haben, weil die halt so blöde Uhrzeiten haben. Die sind nämlich tagsüber von 12 bis 13 Uhr. Auch wieder Freitag, Samstag, Sonntag, Montag. Das heißt, Freitag am 26. 12 bis 13 Uhr. Rampenlichtstunde. Also das, was am Dienstag immer ist. Gibt es Radfratz. Nicht so interessant. Aber wer das Shiny noch braucht. Samstag zur Bierriss. Ja, wer das Shiny noch braucht. Oder Bonbons sammeln auch. Für die Megaentwicklung. Hin und her. Wie auch immer. Sonntag Pikachu. Wo alle Zeit haben. Pikachu. Also eigentlich das uninteressanteste. Weil es gibt Pikachu eigentlich immer. Bei jedem Event gefühlt mit irgendwas als Shiny hin und her. Bonbons. Hat keine Megaentwicklung. Ist jetzt. Ist jetzt wie Radfratz. Nur halt gelb. Und Montag. Das ist das Schlimmste. Montag. Wo es bei allen wieder los geht. Packen sie einfach Tarnel rein. Tarnel. Rampenlichtstunde. Beste. Fettes Pokébon. Nützliches Pokébon. Starkes Pokébon. Shiny Pokébon. XL Bonbons. Megaentwicklung. Alles am Start. Also Tarnel wohl die beste. Heftigste Rampenlichtstunde. Aber halt Montag. 12 bis 13 Uhr. Wir machen also alle Raid Manias. Die Rampenlichtstunden. Werde ich wohl nicht. Streamen. Ne. Das hat keinen Sinn. Heute Samstag bin ich eh nicht da. Sonntag machen wir noch Raids für Zuschauer. Und Montag. Ja. Nö. Ja. Neue Avatar Tickel. Ne. Ihr bekommt auch aus entfesselter Schabernack. Noch ein Hoppa. T-Shirt. Was ihr euch dann reinziehen könnt. Zusammen mit euren Armbändern und Mützen. Die ihr auf den Kopf tragt. Also. Ja. Und das ist theoretisch alles. Es sind also nicht die Raid Bossen. die nach Greselia kommen. Das weiß wie gesagt immer noch keiner. Außer vielleicht die Niantic Partner. Die es aber trotzdem noch nicht sagen dürfen. Aber offiziell gibt es leider gerade noch nichts. Finde ich trotzdem aber interessant. Weil entfesseltes Hoppa. Ja. Macht Bock auf jeden Fall. Die Bohnen jetzt. Sind jetzt nicht so wild. Sage ich mal. Aber. Die Raid Stunden schmecken mir. Und vor allem die Rampenlichtstunde mit Tane. Was ist euer Favorit? Worauf habt ihr Bock? Seid ihr dabei am Wochenende. Bei den 4 Raid Stunden. Bei den 4 Raid Manias. Oder lasst ihr es ruhig angehen. Oder sagt ihr alles kompletter Mist. Schreibt es mal bitte rein. Das war es von meiner Seite aus. Wir sehen uns heute Abend. 18 Uhr wieder im Stream. Bis dahin. Peace out. Vorhaut. Euer Ramses. Ich habe von Tobias. Ich habe jetzt hier plays. Untertitelung des ZDF, 2020